hallo leute und herzlich willkommen zu einem neuen video von mir da mich schon einige gefragt haben wo ich wohne wie es in meinem haus aussieht gibt es jetzt ein kleines special und zwar eine roomtour da wohne ich und ja fangen wir mal draußen an ihr habt im hintergrund schon das haus gesehen und jetzt lasst mal rein gehen so sieht es aus wenn man rein kommt fangen wir dann mal rechts an und zwar nenne ich das zimmer das klavierzimmer und zwar haben hier die kids immer piano unterricht und ja die sofa sind hier richtig gemütlich da kann man sogar einpennen dann gehen wir mal da geradeaus so dann haben wir hier das esszimmer seitdem ich hier bin haben wir hier noch nie gegessen hier wird aber auch nur an speziellen anlässen gegessen und ja dient bisschen so als lager zu machen so dann gehen wir mal geradeaus nach rechts da ist eigentlich nur ein kleines badezimmer hallo ja sonst gibt es auch nicht da sind so abstellkammer bedüns hier haben wir das computerzimmer der kinder da hinten steht erikas computer hier stand mal alex sein computer aber der ist nach oben gezogenen sein zimmer so dann kommen wir mal zum wohnzimmer kamin zwei couchs couchen couchen sind die mehrzahl von couch schreibt mir in die kommentare ich habe echt keinen plan ja da hinten steht auch noch meine playstation 4 die ich von deutschland mitgenommen habe zock ich aber ehrlich gesagt zurzeit überhaupt nicht mehr keine lust so dann kommen wir auch schon zur küche kleiner esstisch da essen wir halt immer hier ist unser schöner wasserspender und ja was gibt es hier zu sagen nichts besonderes ganz normale küche mit einer kleinen insel kühlschrank ja da hinten geht es dann zu trockner und spülmaschine da ist wieder so eine kleine abstellkammer da sind nur jacken drin hier durch die tür geht es dann zur garage und ja also durch die vordertür da bin ich jetzt seitdem ich hier bin ich glaube dreimal durchgegangen ich gehe da nie durch beziehungsweise keiner macht es von uns wir machen immer die garage auf und ja hauen immer hier durch die küche ab ja dann lass uns kurz wieder nach draußen gehen dann sieht man kurz den garten hier eine kleine terrasse hier haben wir auch schon ein paar mal abend gegessen wenn das wetter sehr schön ist da steht ein riesiges trampolin und ja das ist die nachbarschaft ich hoffe ich hoffe man versteht mich weil es doch etwas windig ist ja dann wieder nach drinnen so das war es jetzt eigentlich schon in dieser ebene nach oben da finde ich jetzt eigentlich um gerne groß was zeigen weil da das alex zimmer da ist ein anderes da ist ein anderes schlafzimmer badezimmer und da hinten geht es zum zimmer von der nicola meine gastmutter und erikas und sie ist ja ein one direction über fern wie man hier sieht und das zimmer darin sieht genauso aus aber da will ich jetzt nicht rein filmen weil das ja die privatsphäre der kinder ist und ja möchte ich nicht diese aussicht von oben und ja da hinten hat nikola noch eine kleine couch und ihr arbeitszimmer das ist dann genau über der garage also ganz cool so dann geht es runter in mein reich so dann ist dunkel und wir gehen nach unten das hat sich geräumt so das das ist mein badezimmer dusche toilette waschbecken ich nichts besonderes da hinten ist der heizungsraum auch nichts tolles hier ist so eine art riesiges abstell räume und ja wie man sieht alles nur alte sachen die nicht mehr gebraucht werden da hinten saß ich schon bei einigen videos falls ihr euch erinnern könnt wie zum beispiel bei dem letzten my english class video da geht es wieder nach draußen und dann zum letzten raum mein zimmer ja ist nicht wirklich aufgeräumt aber naja da hinten ist auch wieder so eine art kleiner heizungsraum nichts tolles mein kleiderschrank mein unaufgeräumter tisch mit einer wodka flasche und ja mein anderer schreibtisch und das war's so das war's jetzt mit meiner roomtour mit meiner haustour ich hoffe euch hat das video gefallen falls ja dann lasst mir einen daumen nach oben da abonniert meinen kanal dann bleibt immer am laufenden und falls ihr noch fragen habt dann stellt sie mir doch unten in die kommentare also wir sehen uns dann beim nächsten video ciao